Alexius II. Komnenes war von 1297 bis 1330 Kaiser und Großkomnen von Trapez und Leben. Alexius wurde als älterer Sohn des trapezuntischen Kaisers Johannes II. und seiner Frau Oldokia Palaer Legina geboren. Nach dem Tode seines Vaters folgte er diesem auf den Thron nach. Da er damals noch sehr jung war, wurde er der Vormundschaft seines Onkels, des oströmischen Kaisers Andronikos II., Palaiologos unterstellt. Dieser wollte sein Mündel mit der Tochter eines hohen Staatsbeamten verheiraten. Alexius widersetzte sich aber diesem Plan und heiratete, ohne die vorherige Erlaubnis seines Onkels eingeholt zu haben. Die iberische Prinzessin Giojek, eine Tochter Bekkas II., des Atabeg von Samatzke. Andronikos wollte diese Ehe von der Kirche annulieren lassen, doch weigerte sich der Patriarch von Konstantinopel, diesem Wunsch zu folgen. Da Djityak bereits schwanger sei. Auch Alexius' Mutter Oldokia, die von Konstantinopel nach Trapezunt reiste, um ihren Sohn zur Auflösung der Ehe zu bewegen, ritt diesem schließlich dazu, an ihr festzuhalten. Nachdem er sich so der Vormundschaft seines Onkels entzogen hatte, erwies sich Alexius als fähiger und energischer Herrscher, dessen Regierungsjahre die Blütezeit des trapezuntischen Staates darstellten. Im Jahre 1302 schlug er eine Invasion der Turkmen zurück, nachdem diese von Celibin aus, das sie zuvor erobert hatten, Kerasand, die zweitgrößte Stadt des Reiches von Trapezunt einnehmen wollten. In der Folge ließ Alexius eine Festung errichten, von der aus das Meer um Kerasand überwacht werden konnte. Ein weiteres Problem, dem sich Alexius während seiner Regierung widmen musste, ging von den Genuesen aus. Diesen hatte der oströmische Kaiser Michael VIII. Palaiologos 1261 im Vertrag von Nymphäum weitgehende Handelsprivilegien gewährt, die ihnen praktisch das Monopol im Schwarzmeerhandel einbrachten. Ihr in einem östlichen Küstenvorort der Stadt Trapez und gelegener Handelsplosten Daphnis entwickelte sich unter diesen Umständen prächtig. Da die Genuesen dem trapezuntischen Zoll den Zugriff auf die in Daphnis umgeschlagenen Waren verweigerten, kam es zu Spannungen mit Alexius, die schließlich zu einem kurzen Krieg führten. Der 1314 zur Beendigung der Feindseligkeiten geschlossene Friedensvertrag setzte keinen Schlusspunkt unter diese Streitigkeiten. Daher schloss Alexius 1319 einen Vertrag mit den Venezianern, den größten Konkurrenten der Genuesen, in dem diesen dieselben Privilegien eingeräumt wurden, welche den Genuesen in Trapezunt vertraglich zustanden. Auch Piraten aus dem Emirat von Sinope bereiteten Alexius einige Schwierigkeiten. Sie erbeuteten häufig die Schiffe christlicher Händler und plünderten die Vororte Trapezuns. Aus diesem Grunde ließ Alexius zum Schutze des Hafens und der Bevölkerung Seemauern errichten. Alexius und seine Frau Giojek hatten insgesamt sieben Kinder, von denen Andronikos III., Basilios und Anna später den Thron Trapezuns bestiegen. Wie schon sein Vater Johannes II. war auch Alexius das Ziel päpstlicher Bekehrungsversuche. So erhielt er 1329 einen Brief von Papst Johannes II., mit dem dieser ihn dazu bringen wollte, zum Katholizismus zu konvertieren. Alexius starb jedoch bereits fünf Monate später nach einer Regierungszeit von 33 Jahren. Auf den Thron folgte ihm sein ältester Sohn Andronikos III., der Trapezunt in eine Periode der Unruhe und Bürgerkriege führte.